Guck mal, ich kann dir beweisen, dass ich... Wow, da steht da neben dir mit der Shotgun. Wow, was ist hier los? Er hat geschossen. Also wir haben uns alle nicht umbringen, nein, das ist Tobi. Nein, du bist das. Nein! Ich vertraue dir jetzt mal. Ich sag doch, der ist das. Dodo, Dodo, ich trau dir nicht. Ich hab keine Granate. Ich werd davon was gefährliches nicht. Guck mich nicht an. Du weißt wie dein Karma ist, lass den Scheiß. Ich hab immer noch keine Waffe. Ich hab keine Ahnung was mit meiner Maus los ist, aber manchmal gräst sie sich einfach. Er geht von alleine aus. Ah, endlich ne Waffe. Ah, ah, ah. Was denn? Ich tut dir nix. Da bin ich mir nicht sicher. Oh, warum? Wer ist das? Achso. Ah! Willst du das? Das war ein mädchenhaftes Schreiben. Eindeutig. Aber was ist passiert? Ich weiß es nicht. 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 Tobi sieht immer rot. Ich bin mit dem. Ich weiß es nicht. Tobi darf glaub ich gar nicht mehr sagen wer der tot ist. Ich weiß es nicht. Alle reden durch. Ich versteh gar nichts. Jan ist jetzt der Böter. Er war es nicht. So viele sind ja gar nicht. Wer ist denn noch am Leben? Ich nicht. Ich bin am Leben. Wer noch? Wer noch? Ich bin nicht allein am Leben Leute. Komm schon. Also ich bist der einzige. Kann ja nicht sein. Dann wär die Runde vorbei. Ne, ich leb ja auch noch. Achso. Dann bist du der Böse. Oder jemand anders redet. Ja du kannst mich mal. Deiner Freundin ins Gesicht schießen. Ich muss nachladen. Warte. Sehr gut. Ich hab mal zurück geschossen. little. Oh oh. Wo? To, to, to. Der Waschbär. Okay. Ich war's erst. Ja, genau. Ja, genau. Ja, war ich. Wenigst war es auch, Slap. Nacheinander. Höchst unwahrscheinlich, ne? Also bitte. Ja, gar nicht nur zu gucken. Ui. hoii. Wo? 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 Wieso schießt ihr denn alle? Von oben kam das. weil wir dir nicht vertrauen. Ich weiß nicht mal, wie man da hinkommt. Ich kann dir das zeigen, komm mit. So, in der... Aha! Aha! Okay, Jan, ist es. Ich bin tot! Warte mal. Hä? Aber wer war da? Warte mal, wer ist hier grad vor mir weggeleitet? Jörn, bist du lieb? Ja, jetzt bin ich jetzt plötzlich. Nein, ich will nur bis ein Polite. Warum klappt das nicht? Ich hab dir voll... Die Waffe ist so kacke. Mehr als vier, fünf Mal. Normaler Mensch hätte nicht mal einen Schuss erlebt. Moment, wer ist es denn jetzt? Ihr ballert ja jeder jeden an. Wer ist da noch da? Wer lebt denn noch? Ich lebe noch, aber ich hab Angst. Und du? Ich weiß es nicht. Jörn ist doch hier eben auch noch rumgelaufen. Ja, der läuft doch irgendwo rum. Die Waffe ist schön. Oh Gott. Man hätte sich nicht mal umbringen müssen, er war nicht mehr. Irgendwer stirbt grad. Es war... es war... es war... Tobi halt. Ich hab ihn aber nicht umgebracht, weil ich vorher gestorben bin. Ja, haben wir das auch nicht zuerst schießen müssen. Weil Tobi weiß man nicht so richtig. Ich war auch arm. Oh, gar kein mehr. Feine Selbstverteidigung. Wo? Wer schießt denn da? Ich nicht. Wer... wer werft mich denn mit Granaten ab? Ich nicht. Oh, hier ist echt kack. Ja, tue auf, tue auf. Scheiße. Du warst wirklich zwei hintereinander. Ich hab dich leben lassen, sei dankbar. Ja, ich weiß. Komm, Roto, wir machen gemeinsame Sache. Ja, ja, du willst mich nur erschießen. Ich trau euch nicht. Ich spielst bestimmt nicht drei, mein Donnermann. Boah. Ja, hier ist ja noch jemand. Lass mich in Ruhe. Wir hätten da grad geschossen. Wow. Wow. Du hast doch geschossen, oder? Der war's nicht. Wow. Der war's. Das ist Dodo. Du auch nicht. Scheiße. Wer lebt denn jetzt noch? Wer lebt denn jetzt noch? Ich weiß nicht. Ihr seid alle tut. Geil. Tono, Feles und Björn. Ja, über fünf, äh, über sechs. Irgendwer hat sie erst geschossen. Ja, und dann dachte ich, der eine war's. Und wer lebt denn jetzt noch? Ja. Einfach eskaliert. Ja. Das war übrigens ein Mexican Stand-Up. Ich hab nur was auf mich geschossen. Ein Mexican Stand-Up. Ja. Toll. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Du standest da, mit der Riffel. Mit meiner Richtung gucken. Und mich hat irgendwas getroffen. Also hab ich mich umgedreht. Wer hat denn jetzt Leben noch erschossen? Du oder hat dich da erschossen? Feli. Ähm. Irgendwer hat mich erschossen. Ja, ich lass dich, Feli. Du hast nur einen Eindruck zu mir gekommen. Ich beile richtig über den Haufen. Wo bist du denn, Feli? Ich find dich. Ich find dich, Feli. 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 Ich will ein Stück von dir probieren. Feli ist an ihrem Lieblingsort. Im Bett? Ja. Bei der Arbeit? Ja. Also, ich glaub, ihr habt im Bett bei der Arbeit. Ah, ja. Oh, ja, ho, 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 ho. Dodo. Du konntest ihr zu viel in den Augen stecken. Ganz so schlimm ist es nicht. Noch nicht. Nicht ganz so schlimm. Okay. Ich muss noch zwei Minuten überleben. Tja, sagt man so als Traitor. Wo kommt dieses eklige Geräusch eigentlich hin? Welches Geräusch? Das kommt von Dodos Mikro. Aber da kann sie nichts für. Ich hab versucht, das wegzumachen. Das geht nicht. Das ist einfach so. Na toll. Das ist das, was ich immer rausfiltern muss, wenn ich wieder schneide, wo Dodo drin vorkommt. True Story. Was? Wieso? Hallo? Ich mach keine komischen Geräusche. Ne, 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 Waschbärchen. Du bist das garantiert. Wieso ich denn schon wieder? Ich war schon zweimal daneben. Gibt man dafür auch einen Minusfarmer? Das weiß ich nicht. Oh, ich hab noch 510. Oh mein Gott. Was? Alles okay? Was passiert, Jan? Was war das für'n Geräusch? Ich hab keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich hab schon was Mistiges drin. Ich hab mich gar nicht in Dodo von's Body of Washi, 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 Washi. Oh, oh. Oh, er schießt. Schießt. Ah. Ich hab schon wieder so ne tolle Waffe. Oh, bei mir spielen auf einmal alle Gareys Waffe. Ich bin ein bisschen sehr nervös gerade. Wir sind alle nervös. Da war eben einer. Was? Wer denn jetzt? Ich hatte schon mehrere Gelegenheiten, jemanden zu erschicken. Björn, ist es? Nein, ich bin es nicht. Nein, ich bin es nicht. Nein. Nein. Überhaupt nicht. Find ich es? Was soll das? Ach, Quatsch. Ich hatte 9 HP nur noch. Dodo hat mich eben so fies erwischt. Aber Jan ist ausgerastet. Ich habe niemanden erschossen. Ich habe niemanden angeschossen. Doch, du hast mich getroffen. Nein, ich habe nicht geschossen. Ich habe in dem Spiel nicht einmal geschossen gerade. Aber Jan so. Ich so. Ich war es zweimal hintereinander. Ich werde es nicht sein. Er so. Ich trau dir nicht. Und er schießt ihm einfach ein Salbe ins Gesicht. Und Jan ist ausgerastet. Du durfte nicht reden. Das war so schön. Für der? Jan. Also ich war... Ich Jan. Nachdem ich gesagt habe, ich war es schon zweimal hintereinander. Ich werde es ja wohl nicht schon wieder sein. Und ich so, loko ist es. Bin ihm auch noch hinterher gelaufen, weil ich dachte, er wäre es nicht. Und ich bin's nicht. Oh Gott. Hilfe! Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich höre voll das, wie viele Geschieße da draußen. Jan ist es. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ihr ballert hier rum wie blöder, ey. Und ich mag keine Fensterscheiben. Und ich mag keine Fensterscheiben. Das persönliches ist. Wieso sprichst du im Spiel und im Teamspiel? Ja. Das weiß ich gerade auch nicht. Welche im Spiel? Ja. Warum? Das ist da oben immer angezeigt. Mach ich das jetzt? Ich weiß echt nicht welchen ausschalten, es ist doch ein ganz normales Counter-Strike. Was? Was? Ganz normales CSS. Oh Björn war es echt nicht. Dann kannst du ja mal gucken wie das ausschaltet. Ich hab A. Wo du? Ich auch. Ich bin's nicht. Warum hast du ihn dann erschossen? Weil du zuerst geschossen hast. Ich hab gar nicht geschossen, du hast ihn erschossen. Ja, aber es sah so aus als er ist so geschossen. Hört immer noch Anschuldigungen, wir gehen uns auch nicht weiter. Ja ruhig, den Gang kenn ich noch gar nicht. Wer steht denn da? Wenn keiner mich findet, dann bin ich unsicherheit. Genau. Also verkriech ich mich irgendwo. Jetzt geht er so aufm Klo. Wow! Oh Mann! Wer kennt ihr denn meinen Versteck auf Autoriste? Das geht euch gar nicht an. Du... Ey! Er schreck mich doch nicht so! Was? Ist er das überhaupt da oben? Wie auch immer es war, es war nicht der Schuldige. Hilfe! Ich schieße doch nicht auf mich! Du hast ihn erschossen! Nein! Doch! Ich war das nicht! Jeder ist bestimmt der Traitor. Das kann ja... Wow! Ich hab sie gesehen! Ich wollte sie grad verteidigen! Und da steht sie gegeben... Das stimmt! Das stimmt! Ich hab nur auf dich geschossen, weil ich in den Raum kam. Ich wollte dich grad verteidigen und sagen, Tobi darf gar nicht reden, wenn er tot ist. Und jemand schießt... Wer? Warte, 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 warte. Okay, jetzt. Ich bin unschuldig. Dann tut sie's! Dann tut sie's! Weißt du, der Vorteil daran ist? Du kannst einfach mal kacken gehen! Ja, wenn du Angst hast und du musst kacken, ist kein Problem! Lass den Natur schreien! Lass den Natur schreien! Wir hören uns seine Scheiben, ne? Ich hab nicht mal... einmal geschossen, die Sohn. Hätte ich gesagt, hab ich grad Scheiben zerschlagen mit meiner Brechstange. Wer schießt denn da? Ich will dabei sein! Haben wir schon eine grobe Idee, wer sein könnte? Ja... Tobi? Loco! Wieso Loco? Nein, der Waschbär! Ist egal, was ich sage. Oh Gott! Nein, tu mir nichts! Ja, der Waschbär war's bestimmt! Waschbär? Nein! Nein! Ahen Health! Ich bin alleine mit dadadadadadadadadadadada! Guck mal, ich kann dir beweisen, dass ich dich bin ich drin! Oh, da steht da neben dem Hinter- Shotgun! Woah! Was ist hier los? Wir sehen ein Glanzhaus! Woh! Er hat geschossen! Also, wir haben uns alle nicht unbedingt ein... Das ist Tobi! Ich bin runtergefallen! Hey! Das kann man nicht! Tobi ist es! Behaupten kann man vier! Er hat gerade mich geschossen! Aber wer... Wer ist denn von oben runtergefallen? Wer war's denn jetzt? Wer hat mich denn erschossen? War ein bisschen obvious, oder? Moment, wer war der Böse? Ich weiß nicht. Wer war denn jetzt der Böse? Ich weiß es nicht, wer hat mich erschossen? Ich hab mich erschossen. Oh Mann ey. Hatte ich also doch recht? Also hab ich Tobi wieder ohne Grund erschossen oder wie? Hä? Tobi, äh, Tobi war es. Nein. Doch warst du. Doch warst du. Die Runde ist vorbei, ihr könnt's sagen. Das war, das war, war Tobi. Im Zweifelsfall Tobi. Nicht im Zweifel für den Anklagten, sondern im Zweifelsfall Tobi. Na? Hilfe. Was macht ihr denn da vorne? Bin's nicht. Dodo? Geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin's nicht. Was bedeutet das Tobi, das Dodo ist es? Sie war es lang nicht lang. Ah, Vorsicht. Wo? Wer schießt denn einfach? Björn? Da war ne Glasscheibe. Ja, wo ich dahinter stand. Ja. Da bin ich getroffen. Na, Tobi ist auch da. Tobi, sei lieb. Ja, genau. Erzähl ihm das. Der hat es auch bestimmt gemacht. Tobi ist überhaupt nicht im TS. Oh, ich werde auch nicht geschossen. Björn schießt schon wieder auf irgendwelche Leute. Ich glaub, Björn ist es wirklich. Vorsicht hinter dir. Björn ist nicht so sicher, ne? Ich wollte dir eigentlich nochmal ins Gesicht schießen, Björn. Oh Gott, das erschreckt mich doch nicht so. Hä? Ich hänge hier fest? In einer Spalte. Oh mein Dodo. Tschuldigung. Björn. Björn, ich trau dir einfach nicht. Deswegen guck ich, was du tust. Ja, ich trau dir auch nicht. Deswegen geh einfach weg. Ah, ich geh einfach weg. Ah, ich geh einfach weg. Hinter dir ist jemand. Das ist Dodo. Was weiß ich. Irgendwer hat sich verletzt. Guck mir nicht. Ah! Ah! Wer ist denn da vier? Ist da eins, zwei? Feli, hey, was geht? Fehlt nur noch einer, ne? Ich trau ihm hier nicht. Ich sag's dir, es ist Björn. Er ist jetzt der Böse hier. Nein, er ist der Böse hier. Er hier. Fobi fehlt noch. Irgendwer müssen wir jetzt erschießen. Ah, nicht mich. Irgendwer müssen wir jetzt erschießen. Ah, jemand hat mich erschossen. Ah, du wie? Danke. Du schießt mir jetzt zweimal ins Gesicht, weißt du? Ich hab Schüsse gehört. Wer ist denn jetzt hier gestorben und wieso? Ich, ich, irgendwer hat mich erschossen. Von hinten. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich werd beschossen. Von oben. Von. Oh, die Granate kommt wieder runter. Vorsicht! Unter der Treppe liegt Granate. Das war so nicht gedacht. Entschuldigung. Ich kann das nicht. Sehr schön. Ich bin nicht gut in Ordnung. Ich hoffe nicht. Wie ich beinah Jan mit der Granate weggebombt hab.